Und weiter geht's! Ich habe Siebkontakt! Es verletzt! Wir haben Siebkontakt! Es geht los! Ich habe das Ziel identifiziert! Auf das Ziel warten und angreifen! Diese Runde würde etwas schneller gehen, weil es ziemlich easy ist! Oh mein Gott! Fehlt euch alle! Da jumpen wir jetzt runter! Erstmal in die Deckung! Ein verdammtes Part! Ziel gesichtet! Oh, ich habe keine... Einmal ganz kurz nachher! Ich mache sehr lange noch! Ihr kennt mich ja gar nicht! Granate! Explodieren! Ziel bestätigt! Okay, alles safe! Kurz einmal nochmal Sound kreieren! Kabel! Zack! Achso! Zack! Kein Problem! Boom! Alles explodieren! Ich hab's fast geschafft! Vielleicht musstest du den Toren schaffen! Ich hab's fast geschafft! Meine Freunde! Hiermit haben wir das geschafft! Es wird wahrscheinlich eine kurze Folge! Ich bin mehrere Male gestorben! Es tut mir dafür sehr leid! Es ist nicht immer ganz einfach. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hallo? Gute Arbeit in Volstead. Danke. Wir sind nah dran. Nick war nicht da. Aber er war es mal. Hast du selbst gesagt? Was ich gefunden habe. Du hattest recht. Zu groß für Tony. Habe ich ja gesagt. Alles, was du in diesem Hangar gesehen hast, wird benutzt, um Macht über andere zu erlangen. Druckmittel. Genau. Tony kümmert sich nur um den Vertrieb. Volstead ist nur ein Drehkreuz. Wo kommt das Zeug her? Wir haben die Seriennummern gecheckt. Eine Briefkastenfirma nach der anderen. Findet man eine, stößt man auf die nächste und so weiter. Aber schließlich fanden wir eine Adresse. Wo? Ich habe dir jemanden geschickt. Und damit verabschiedet ich mich von einer weiteren Folge von Blood and True. Wie? Oh. Musik Musik Music Musik Bis zum nächsten Mal.